Es ist Zeit für World Underground Wrestling. Es ist Zeit für World Underground Wrestling. Es ist Zeit für World Underground Wrestling. Ja, das ist ein Riesklauch. Ja, die Rosi hat auch das Hosi. Ja, und schöner Konter. Ja, kommt schon, Bella. Und wieder Konter von der Rosi. Zajetlauch. 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 Röperlohn! Da haben wir Elbao! Ja, das raubt bei Rosi quasi die Luft. Ja, eines ist legal. Die Dekker-Fans sind an. Wie sinds? Oh, eine Schottklauslein! Jetzt fürchte ich mich oben! Schöner Suplex! Big Space! Also, die Rosi wird hinten gehalten. Da machen sie Dekker und Ciapello wirklich super. Sie schauen, dass die Rosi nicht wechseln kann. Uh! Voll auf die Tippen! Wo sind die Ciapello-Fans? Hey, Lippenstift während des Kampfes ist verboten! Wof! Keine Etter Schöner! Etter Schaul! Ja, nur ein minimum. Nuev Personal! Der Mannheim ist ein ewigeres Manömer! Wenn wir donc hier! Einfach, wo schaust denn du hier eigentlich? Lass dich nicht von so schönen Frauen beeinflussen, ja? Ja, reißet ihr aus! Hey, hey! Das Eklat, da bist du jetzt selber schuld. Ein Konter von Chapella und Teg! Ja, jetzt der Tegler hat es gut im Griff. Ja, jetzt der Tegler ist total sauer. Oh! Komm, ich brauche! Ah, der Tegler ist total sauer. Oh! Full Nelson-Ansatz! Bitte an den Tegler aufgeben! Die Rose hat da den Größenvorteil. Ah, er draußen ist! Oh! 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 Haste ja mit auch für Bitten. Ah! Ah! Musique! Ein Rüstloch? Nein! Schönes Netz-Suplex! Ein Bier vom Dekler! Fensi! 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 Nein, das ist heute nicht der beste Tag vom Fensi. Seit die Super-Gsamtsanone ist er zerstört. Den Fensi geht gleich ab! Ja, da ist viel Aufruf! Fensi, da muss das Chaos da mal in den Griff kriegen! Fensi! 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 Mhh! Super-Man-Manöver! Super-Head-Sizzles! Fensi! 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 Stf. Keine Aufgabe von der Resi. Wiedersand hoher Futsch. Also mit Perücke hast du mir besser gefallen. Schon wieder illegales Maneuver. Können Sie? Sliphol, der ist jetzt legal angesetzt. Wird die Chapelle auf? Wo sind die Chapelle-Fans? Wiedersand hoher Futsch. Wiedersand hoher Futsch. Keine Aufgabe bei diesem sehr eigenartigen Griffansatz. Wiedersand hoher Futsch. Wiedersand hoher Futsch. Wiedersand hoher Futsch. Wiedersand hoher Futsch. Die kriegt jetzt eine Unmicholbeinung. Hey, das ist illegal! Quintz! Normalerweise dürfst du nicht so weit tun. Quintz, du musst beide anziehen. Huckaback! Stomachbreaker! Oh, noch ein Stomachbreaker! Ja, wir sind die Tecla-Fans! Tecla! 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 Ja, die Tecla hat immerhin ein Repertoire-Flogger. Und Slipper holt. Laut Tecla soll Resi ein Schwein sein, was ich jetzt mitbekomme. Ja, sie reitet bis zum Horizont und weiter. Ja, sie reitet bis zum Horizont und weiter. Aufgabe! Jensei! Steck mehr! Jetzt wirds hässlich! Oh, du! Jensei! Jensei! Oh, du! Ich will nicht so, was sagt, was ich wieder gesagt habe. Ich will nicht so, was ich wieder gesagt habe. Bordeslam! Ja, Bordeslam! Uh! Es ist gut, WM gut. Bordeslam! Bordeslam! Nogen Bordeslam! Ja! Uh! Ja! 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 Rose, lass den Deckel! Ja! 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 Wo sind die Deckel-Fans? Ja! 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 Gibt es auch hier Rose-und-Rese-Fans? Ja! Ja! Bordeslam! 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 Ja! Ciappella! Bordeslam! Ciappella! Ja! Ciappella! Sie kommt nicht zum Deckel-Zube! Zubi! 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 Ja! Zubi! Zubi! Ja! Das war nichts! Ciappella! Schön gemein! Ja! Zubi! 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 Resi, der jetzt zählen müssen. Uh, Haugenkratzer, der tut weh. Da kann man trainieren, was man will, aber der Haugenkratzer, der tut weh. Dinnity. Sogar eingesprungen. Reiß an den Stirnraue. Uh, leck da. Eins, halb, ich meine, hauste Stirnraue. Halt an den Stirnraue. Ja, das ist auch nicht ganz egal, ey. Das D-Kreis ziemlich heiß heute. So, Ansatz. Ah, schöner Suplex. Schabella, Schabella, die Königin vom Keller. Schabella, 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 Schabella. Ja, das ist mit Resi und Rose. Wo sind Resi und Rose für uns? Noch einmal ein Balleslam. Was der D-Ka heute einstecken muss. Zu pfiffi, eine Spinne. Noch einmal ein Balleslam. Unglaublich! Und wieder! Jetzt macht's Resi und Rosi so richtig Spaß! Ihr seid auch scheiße! Dekla! 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 Ja, mein Leg! Dekla! Hau nicht scheiße endlich umfang! Die Dekla kann nimmer mehr! Wo sind Resi und Rosi Fans? Seis! Sieben! Sieben! Ja, doch! Ja, doch! Hey! Schon wieder Chaos auf nach der Kölnfläche! Schöne Trockenspieler! Wurzeln! Sieben! 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 Schöne Trockenspieler! Nicht vorher! Wurzeln! Sieben! Und die Kölnfläche! Jetzt kommen Sie zu einer Flunder! Witz! Witz! Witz ist von der Ehrwahl! Also! So Bela, das gehört Sie nicht! Wir sind so witzig! Was witzig! Was witzig! 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 Siegerinnen! Dieses Kampf ist Es ist Zeit für World on the Ground Wrestling.